Oh Freunde, es gibt mal wieder unglaublich gute Neuigkeiten in der Minecraft-Konsolen-Szene. Das erste Mal in den ganzen Jahren, seit es die Minecraft-Konsolen-Version gibt, wurde endlich mal etwas ganz Eindeutiges zu den Common-Blöcken gesagt. Nachdem die Pocket Edition sozusagen die Beta-Version der Common-Blöcke bekommen haben, stellten viele User im Minecraft-Livestream des Teams von 4J Studios, also den Entwicklern, die Frage, ob und wann die Common-Blöcke denn auf den Konsolen released werden. Ich werde hier einfach mal den Clip einblenden und anschließend dann auch alles erklären, beziehungsweise übersetzen, was dort gesagt wurde. Was ist Adventure Mode? So yeah, I was answering Art Gunslinger about Adventure Mode. So yeah, right now, there's not too much to do with it on-Console Edition. We did just recently release the Beta for Pocket Edition on Android for 105, and that includes Command Blocks. So our goal is to eventually add all of these features to all console editions of the game. It's taken time to, you know, kind of write up all these features. Command Blocks are no easy task. We have to start somewhere, right? We have to start somewhere. So we're getting them into Pocket and Windows 10, and that's a good step forward to getting them eventually in the console edition. I mean, it's no secret that we want to get every version to have the same features. So again, eventually, you know, Command Blocks will link their way into the game in some form or another, and that will definitely make it more useful. Um es kurz zu fassen, der User fragt die Entwickler, ob die Command Blocks auch für die Konsolen kommen werden, da diese beispielsweise den Adventure Mode um einiges sinnvoller machen würden. Darauf antwortete dann ein Entwickler, dass sie schon daran arbeiten und es schon planen würden, die Command Blocks auch auf die Konsole zu bringen. Er erklärt außerdem, dass dies natürlich Zeit kostet und man den Command Block dann auch auf der Pocket Edition und auf der Windows 10 Edition zuerst eingeführt hat, um einen Anfang zu machen. Ebenfalls arbeiten sie daran, dass alle Versionen von Minecraft immer und wirklich immer auf denselben Stand sind, was dann auch alle weiteren Updates der PC-Version sozusagen auch für die Konsole bestätigt. Nach sehr langer Zeit können wir nun also wirklich endlich sagen, dass Command Blöcke mit 100%iger Sicherheit auch auf unsere Konsolen kommen werden. Ich denke mal, dass dieses Mini der Befehle dann relativ ähnlich mit dem der Pocket Edition sein wird, da es auf der Konsole genauso wenig Sinn macht, da wirklich 10 Zeilen lange Befehle mit dem Controller einzugeben. Von daher dürfte das relativ ähnlich sein. Ihr könnt es ja euch mal anschauen, beziehungsweise ich werde einfach ein paar Screenshots einblenden, wie das da so auf der Pocket Edition aussieht. Aber die Frage, die wir uns jetzt trotzdem stellen müssen, wenn die Command Blöcke ja noch etwas Zeit brauchen, was kommt dann als nächstes raus? Die Add-Ons, wie in der letzten News-Folge schon erwähnt, würde ich da auf jeden Fall nicht ausschließen. Ebenfalls steigt die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass es das 1.11 Update sein wird, da Roger Carpenter diesen Post mit den vielen Things rausgehauen hat. Wenn es keine Add-Ons und auch kein 1.11 Update ist, könnte es ein neues Minigame wie Build Battle oder vielleicht sogar Skywars sein. Leider können wir zum aktuellen Zeitpunkt aber nur abwarten, aber ich habe dazu mal ein kleines Voting wieder mal vorbereitet, wo jeder das auswählen kann, was er am meisten möchte als fünftigstes Update der Konsolenszene, beziehungsweise der Konsolenversion. Also einfach das auswählen, bei dem Voting auf den Link klicken und das auswählen, was du am meisten möchtest. Und dann gucken wir einfach mal, was denn so am meisten gewünscht wird. Das würde mich ebenfalls sehr interessieren, muss ich zugeben. Sobald es Neuigkeiten bezüglich des neuen Updates gibt, werde ich natürlich sofort wieder schnellstmöglich ein Video machen. Aber falls du diese Neuigkeiten, bevor ich ein Video hochlade, erfahren möchtest, empfehle ich dir einfach mal auf Twitter vorbeizuschauen, beziehungsweise mir auf Twitter zu folgen. Dort poste ich dann wirklich alle News, sobald ich sie erfahre. Falls euch das Video gefallen hat und falls euch diese Neuigkeit gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und nicht vergessen beim Voting mitzumachen, der erste Link in der Beschreibung. Einfach draufklicken und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.